Der Impfschutz bei Omikron ist unbestritten geringer als bei anderen Virusvarianten zuvor. Ist zu diesem Hintergrund die Pflichtimpfung gerechtfertigt? Diese Impfungen schützen natürlich auch vor schweren Verläufen bei Omikron. Es wäre ein Fehler anzunehmen, dass das Virus in sich jetzt so viel schwächer geworden ist. Es tut sich einfach schwerer, weil viel mehr Menschen jetzt immunisiert sind. Entweder durch Genesung, aber vor allem auch durch die Impfungen. Und es wäre ein Tugschluss jetzt anzunehmen, dass man dem entgehen kann. Man zahlt die Strafe und lässt sich nicht impfen. Denn eines ist klar, Stechen hilft gegen das Virus, aber bestechen lässt es sich nicht. Es rechnet mit jedem Menschen, den es infizieren kann, einzeln ab. Und wir kennen die Bilanz. Auf den Intensivstationen liegen nach wie vor größtenteils ungeimpfte Menschen, die um ihr Leben kämpfen. Mit welchen wissenschaftlichen Argumenten kann man denn noch jenen begegnen, die das Impfen ablehnen? Nach Milliarden verabreichten Impfdosen und nach zehntausenden Studienuntersuchungen ist der Befund ganz klar. Diese Impfungen schützen und das Risiko einer schweren Erkrankung ist extrem viel höher als mögliche Nebenwirkungen, meistens äußerst milde, der Impfungen. Insofern ist ganz klar, dass der Befund sein muss. Die Impfung ist das Mittel der Wahl. Natürlich kann man jetzt immer noch sagen, die gesamte Wissenschaftswelt sagt zwar, das ist der Befund, aber ich glaube es trotzdem nicht. Aber wenn 100 Skiführer sagen, queren wir diesen Lawinenhang lieber nicht. 98 von ihnen sind ganz sicher, das kann nicht gehen. Aber ich finde zwei im Internet, die mir sagen, das funktioniert doch. Und falls etwas passiert, haben wir immer noch unseren gestehlten Körper, eine Schaufel und ein Entwurmungsmittel gegen das Schneebrett vor dem Kopf. Wem würde man wohl glauben?